Ja, König Mappus Schnappus ist ein bissiges Wesen, er beißt die Argumente der Bürgerinnen und Bürger für einen Baustopp und für einen Volksentscheid weg. Und er ist gefräßig, er frisst Milliarden, die hier in dem Milliardenstuttgart 21 vergraben werden sollen, auf. Und er frisst den Nahverkehr auf, denn genau verdienen es im ganzen Ländle dann kein Geld mehr, wenn Milliarden und Abermilliarden in dieses Projekt schließen.